Nimm dir die Zeit für dich, nimm dir den Moment, um ganz bei dir anzukommen und ruhig zu werden. Dafür brauchst du nicht mehr als eine Yogamatte und deinen Körper. Spüre, wie das Leben dich durchströmt, wie die Luft um dich herumwirbelt und recke die Scheitelkrone zum Himmel. Spüre die Energie deines Körpers und deine Muskeln, wie sie dich verbinden. Jetzt gehen wir in den herabschauenden Hund, dann in die Kobra. Entspanne dich und deine Gesichtsmuskeln, vergiss nicht zu atmen, komm ganz bei dir an. Bleibe ruhig und lächle. Whisky PowerSunch, damit das Leben dich durchströmt.